Hallo liebe Basic Tutorials Community, ich möchte euch hier begrüßen live auf der Gamescom anstammt von Medion Eraser und ich würde euch gerne eines unserer Highlights hier vorstellen. Tatsächlich launchen wir dieses Produkt sogar hier auf der Gamescom, ihr seht es also mit als erstes. Es befindet sich noch nicht mal im Verkauf, das wird erst Anfang September der Fall sein, aber an der Stelle schon einmal vorgestellt und zwar handelt es sich um unser Medion Eraser Major X10. Das Besondere hierbei ist, dass es auf Intel Arc Technologie basiert, das heißt wir verwenden Intel Core Prozessoren gepaart mit der Intel Arc Grafik. Und was ich auch sagen kann ist, wir werden EMEA-weit sogar die einzigen sein, die diese besondere Grafikkarte, die Arc A730M, einsetzen. So, aber damit war es noch nicht alles. Wir haben hier auch erstmals ein 16 Zoll Display. Das geht einher mit einem Seitenverhältnis von 16 zu 10 und das Schöne hierbei ist, dass man bis zu 11% mehr Displayfläche gegenüber einem 15,6 Zoll hat. Also gleich ein richtiger Vorteil, wenn es um das Thema Gaming geht. QHD Panel und 165 Hertz, also passt alles wunderbar für Gaming. Wir setzen auch erstmalig DDR5 Speicher ein, bis zu 32 GB, je nachdem welche Konfiguration gewünscht ist. 2 TB SSD Speicher ist auch noch mit dabei und das Ganze bieten wir derzeit für 1699 Euro im Medium Shop an. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und viel Spaß mit dem Medium Produkt.